. Die Fakten-Akten melden sich zurück. Diesmal beleuchten wir jedoch keine Attraktionen oder Themenwelten aus dem Phantasialand, sondern neun ausgewählte Restaurants und Snacks. Dabei erhalten wir Unterstützung von unseren zwei Kollegen von Mixit Phantasia, die jeweils drei Fakten vortragen werden. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Punkt 1. Manchu Das China-Restaurant ist schon seit 1981 Bestandteil der Themenwelt Chinatown. Heute ist es unter dem Namen Manchu bekannt. Allerdings kann man auf den Speisekarten teilweise noch erkennen, dass es früher China-Restaurant bzw. Restaurant Chinatown hieß. Den jetzigen Namen erhielt das Manchu Mitte der 2000er Jahre. Er wurde von einem Volk im Nordosten Chinas abgeleitet, das mit mehr als 10 Millionen Angehörigen die Drittgröße der insgesamt 55 anerkannten ethnischen Minderheiten Chinas darstellt. Der Name der Manchu, die auch Manchouern genannt werden, wurde im Jahre 1635 eingeführt. Punkt 2. Hacienda Don Pedro Denkt man an die Hacienda Don Pedro hat man automatisches Restaurant vor Augen. Man vergisst, dass die Anlage ursprünglich viel größer gewesen ist und auf den Namen Hacienda de Mexico hörte. Neben dem gerade erwähnten Restaurant bestand dieser im Jahr 1973 eröffnete Bereich unter anderem auch aus der Casa Magnetica, einem El Toro Brunnen, mehreren Snacks und einer Verkaufsausstellung mit stilechten Kunstartikeln. In der Hacienda Don Pedro, die Anfang 2014 abgebaut wurde, um Platz für Klugheim zu schaffen, gab es Spezialitäten wie Espedada, Tacos, Tortillas, Burritos und Chili con carne zu essen. Außerdem konnte hier die Silvesterfeier für dies Agno Nuevo gebucht werden. Punkt 3. Kaisersnack Eventuell hast du dich schon mal am Kaisersnack niedergelassen und eine Kleinigkeit gegessen und getrunken. Falls du dich in den Innenraum gesetzt haben solltest, sind dir wahrscheinlich die Bilder aufgefallen, die dort an der Wand hängen. Bei diesen Gemälden handelt es sich um Werke des deutschen Grafikers Heinrich Rudolf Zille, der von 1858 bis 1929 gelebt hat. Sie stammen aus seiner Sammlung Berliner Luft, die im Jahr 1913 publiziert wurde. Punkt 4. Uhrwerk Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. Dieses Zitat von Bud Spencer lässt sich auf unseren vierten Fakt anwenden. Das Besteck im Restaurant Uhrwerk, das am 17. September 2020 eröffnet wurde, stammt von der Amifa Stahlwaren GmbH, die ihren Sitz in Solingen hat. Laut eigenen Angaben stellt die Firma schon seit über 80 Jahren Bestecke und Schneidewaren her und liefert sowohl Unternehmen als auch Privatkunden. Eine Qualität, die nicht nur das Phantasialand, sondern auch der Europapark zu schätzen weiß. Das Besteck im Burghotel Castillo Alcazar stammt ebenfalls von Amifa. Punkt 5. Takana Snack Restaurant Das am 17. Juli 2013 eröffnete Takana Snack Restaurant wurde nach einem Vulkan benannt, der sich an der Grenze zu Mexiko befindet. Mit einer Höhe von knapp 4.100 Metern ist der Takana der zweithöchste Bergzentral Amerikas. Nur der benachbarte Vulkan Tayomulco ist höher. Der letzte registrierte Ausbruch des Takana war im Jahr 1986. Punkt 6. Café Oriental Das Café Oriental stand von 1973 bis 1992 im Phantasialand und bot den Gästen neben dem Restaurant Ankara vor allem verschiedene Café-Variationen. Die Anlage wurde vom Kölner Tivoli übernommen, der am 29. April 1971 als damals größter Freizeitpark Deutschlands eröffnet wurde und in vier verschiedene Themenbereiche unterteilt war. Deutschland, Frankreich, Türkei und Südamerika. Die Vorzeichen standen jedoch von Anfang an auf Sturm. Wegen eines Rechtsstreits hatten sich die drei Gründer des Parks schon vor dessen Eröffnung getrennt. Die negative Presse tat ihr Übriges und so musste der Park nach nur vier Jahren Bestand schließen. Schon im März 1976 war der Kölner Tivoli Geschichte. Manche Attraktionen lassen sich jedoch nach wie vor erleben. Das Riesenrad vom Kölner Tivoli dreht seine Runden mittlerweile im Attrakti Pax Lacaren. Da die Pflege des Cafés mit den Jahren zu aufwendig wurde und eine Komplettsanierung zu kostenintensiv gewesen wäre, entschieden sich Richard Schmidt und Gottlieb Löffelhardt Anfang der 90er Jahre dazu, es abzureißen. An seiner Stelle entstand zur Saison 1994 der Simulator Galaxy, an dessen Stelle sich mittlerweile Rogburg befindet. Punkt 7. Hawaii-Restaurant Das Antasialand war schon immer eine Adresse für außergewöhnliche Gastronomie. Von 1967 bis 1992 befand sich zum Beispiel das Hawaii-Restaurant im Angebot des Parks. Es stand ungefähr dort, wo sich heute Viewstown befindet. Das Hawaii-Restaurant entstand aus einer ausgedienten Filmkulisse und bot Platz für bis zu 500 Gäste. Es wurde abgerissen, um Platz für das Kinderland zu machen. Hiermit gingen Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt auf die Forderungen vieler Eltern ein, die das aus ihrer Sicht viel zu geringe Angebot für kleine Kinder bemängelten. Punkt 8. Heinos Caféhaus Im Laufe seiner mittlerweile fast 55-jährigen Geschichte hat das Phantasialand nicht nur Tagesbesucher, sondern auch Promis aus aller Welt begeistert. Zu den bekanntesten Szenen in dieser Hinsicht Michael Jackson, Siegfried und Roy sowie der Schlagersänger Heinz-Georg Kram, der hierzulande als Heino bekannt wurde. Laut eigenen Angaben zufolge verkaufte er über 50 Millionen Tonträger. Zwischen dem Phantasialand und Heino hat sich mit den Jahren eine tiefe Freundschaft entwickelt. Noch heute schaut der Sänger regelmäßig bei den Veranstaltungen und Shows des Parks vorbei. Um diese Freundschaft zu unterstreichen, errichtete das Phantasialand Ende der 1990er Jahre Heinos Caféhaus, welches Bestandteil von Alt-Berlin war. Es entstand nach Vorbild des Rathauscafés, das sich in Heinos Besitz befand und bis Mitte 2012 in Bad Münstereifel besucht werden konnte. Da Heino gelernter Bäcker und Konditor war, kannte er sich in dieser Branche bestens aus. Im Innenraum von Heinos Caféhaus befanden sich Platten, Autogrammkarten und Auszeichnungen des Künstlers. Außerdem waren dort einige seiner Lieder zu hören. Heinos Caféhaus wurde zur Sommersaison 2021 geschlossen. An seiner Stelle entstand die Patisserie Törtchen & Co., die im vergangenen Juli eröffnet wurde. Interessante Randnotiz, am jeweils letzten Montag eines Monats der Saison 1998 fand in Phantasien das Konzerterlebnis Heino Total statt. Punkt 9. Baobab Der Baobab-Snack wurde im Jahr 2006 eröffnet und ist Bestandteil der Themenwelt Deep in Africa. Er verdankt seinen Namen dem gleichnamigen afrikanischen Affenbrotbaum, der zu den bekanntesten Baumgattungen seines Kontinents zählt. Der Affenbrotbaum zeichnet sich vor allem durch seine robuste Wuchsform aus und kann mehrere hundert Jahre alt werden. In der modernen Popkultur bietet er unter anderem dem Mandrill Rafiki aus dem Disney-Klassiker Der König der Löwen ein Zuhause. Der wissenschaftliche Name des Affenbrotbaums lautet Adansonia Digitata, was auf seinen Entdecker Michel Audanson zurückzuführen ist. Das waren neun Fakten zu ausgewählten Restaurants und Snacks aus dem Phantasialand. Wir danken unseren Kollegen von Mixit Phantasia und weisen euch an dieser Stelle auf ihren entsprechenden YouTube-Kanal hin, den wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Ansonsten wünschen wir euch noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal, eure Phantasialand-Infos. ... ...